Halli, hallo, hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Ne, und zwar zu Lara Croft and the Temple of Osiris. Und ja, wieder mit einem Start ist der Odin. Einen wunderschönen. Richtig, und weiter geht's jetzt hier. Wir waren ja in der letzten Folge am Knobbeln, wie es hier weitergeht. Und ja, und ich habe gerade was entdeckt. Was ist denn, ne, stopp, das weg. Was ist denn das hier? Oh, Entschuldigung. Okay, kannst du nix, ist nix. Ich dachte, das hat eine höhere Bedeutung. Okay, also ich kann jetzt hier rüber. Ja, eins schießt du den Haken. Ah, oh. So, jetzt gehen wir auf das Seil, springen wir auf das Seil. Aha, jetzt kannst du rüberbalancieren. Haken können, was? Achso, jetzt kann ich dir den Haken natürlich hin... Warte, 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 noch nicht. Jetzt. Äh. Da unten, Herr Rindfeuer, genau, so. So. Alles klar, interessant. Also ohne einen ordentlichen Co-op-Partner geht es hier auch nicht weiter. Also das heißt, man muss... Oh, ups. Wo gehst du denn da ran, wenn du guter, dass du dir nicht ehrlich bist? Was soll ich denn das wissen? War eine Schütze. Aktuell laut Pyramide des Osiris. Ringe gewährt dem Charakter Effekte. Was? Effekte, aha, okay. So, wie machen wir die Ringe? Ah, jetzt kann ich hier... 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 Was ist denn das jetzt nicht? Ich mach mal das. So, was hab ich... Achso, jetzt kann ich mir den Ring anlegen. Und der... Verletzliche Eisenring, das stärke. Mhm. Ja, den hab ich auch. Ich kann bei ihm so ja eine Glatze verpassen. Oh, ich kann so ja Waffen aussuchen. Achso, ich hab... Ich kann jetzt... Ach, nee, ist es gesperrt. Glück, noch ist es gesperrt, aber ich kann später auch Pistolen nehmen, so wie es aussieht. Und ich kann mich klamottentechnisch hier auch noch weiterentwickeln. Ich auch, aber ich kann mich leider nicht nackig machen. Oh. 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 Warte. Na warte, das brauch ich ja jetzt, Jun. Ja, hol. Warte, das kriegt doch so kaputt, oder? Haha. Boah. Okay. Ja, du kannst du so... Nee, da musst du rüberspringen. Guck mal. Oh, 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 oh. Warum stirbt der nicht? Guck mal, das Psyche kann man doch wegsprengen hier. Doch nicht. Oh. 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 Oh, verdammt. Wir dürfen keine Zeit mehr verbrauchen. Armee würde finden. Einzelne Impulante. Okay, hier kommen wir hoch, aber hier geht's weiter. Oh, hier guck mal, hier ist glaub ich ne Maske für dich, oder? Nee, das ist ein rotes Schädel. Geht's hier noch weiter hoch? Komm her. Oh. Nee, ich dachte, der geht weiter hoch. Okay. Danke. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Oh. Oh. Oh, guck mal, da komm ich rüber. Nee, da kommst du rüber. Ich? Warte. Komm her. Komm her. Mach hier. Oh, guck mal da. So, wir müssen da reinlaufen, wenn keine Energie kommt. So. Und jetzt machen wir hier den Haken da rüber, dass ich da rüber kann. Schau. Hast du gleich da hinten die Energie und die brauche ich jetzt sowieso nicht. Ja, sonst komm ich nicht wieder zurück. Ich will ja nicht versauern. Tja. Okay. Also ich muss sagen, bis jetzt ist das Spiel echt cool. So. Kann ich auch? Zurück gehen. Mal isses. Ja, sag ich doch. Sie verschlingt die Seelen der Unterringen. Und dass da auf euren Händen ist ihr verfluchtes Mal. Ich bin ja auch nicht richtig rüber gekommen. Genießt eure letzten Tage auf der Flug. Meine Rückkehr ist nah. Ich hab da eine Note von Crazy Freak gefunden. Weißt? Oh Mann. Wir scheinen nicht die ersten Abenteurer zu sein, die hier langscht. Willst du jetzt? Ja, da muss ich mal. Geh mal da. Drück mal da drauf. Achso. Ich muss selber. Ach, das sind solche Kontinue Points hier. Dieses Dinger. Aha. Was denn? Diese Lichtdinger. Machen wir hier hoch. Achso. Scheiße. Kannst du nochmal runterkommen? Und jetzt? Wieder mal da rüber? Ne, ist ja Quatsch. Da rennen. Runder. Wie kommt man da rüber? Oder kann man im Sprung? Ne. Kannst du weiterspringen als ich? Ah, hier soll sie rin. Naja, kannst du weiterspringen als ich? Ne. Na warte mal. Ich hör mal gerade mal die andere. Hier, du musst mal hier noch machen. Ja lass uns doch erstmal ganz kurz, lass mich doch erstmal ganz kurz die Kugel da oben nehmen. Was rennst du jetzt dahinter bitte? Ja lass sie doch da liegen. Was? Warum? Mit der Hose. Ach. Odin, warte doch mal bitte kurz. Alter. Ich wollte ja... Alter, jetzt warte doch mal kurz. Ey, das ist ja übel. Sparen wir Zeit. Hast du keine Zeit oder was? Nimmst du die? Bist du zu alt du Sack oder was? Nimmst du denn die? Greif. Oh shit. Passt perfekt. Da rein. So. Ich will trotzdem noch das Ding da oben haben. Da kommt mein M-G. Yeah. So, ich kann mir jetzt die Waffe hier ordentlich einordnen. Richtig? Richtig. Und zwar ordentlich mit dir zu da hin. Geil. Ich kann sie auch. Warte, du kannst ein Maschinengewehr? Ja. So, schon mal cool zu wissen, dass wir die Waffen zusammen haben. Was ist das hier? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich hab ne Idee. Äh. Hab ich da ja ein komisches Schild hier. Ja. Warte mal. Ich will aber hier unten auch gucken. Ob wir hier wirklich alles haben. Weil... Ne. Hat der mal hier was nicht. Wir müssen nochmal auf die andere Seite. Hier hoch. Ich glaube ich hab da was gesehen. Da siehste. Das hast du nicht geholt. Was denn? Komm mal ruf hier. Oder da. Genau. Oder holt so. Und mach mal Feuer an. Genau. Wer weiß wozu der Dude ist, das soll überall Feuer anmachen. Hell. Ne. Es gibt Energie zurück und ist glaube ich irgendwie so ein Respawnpunkt. Hehehehe. 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 Sprit die Mitte. Mitten irgendwie hier rum. Ist aber nicht still ich gleich hab. Oh. Was haben wir hier? Unge. Ringchen. Amulett. Amulett. Oh shit. Verursacht Scheiden, Edelstände, bla 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 bla. Jaja komm. Ich muss. Äh. Oh. Ich hab zwei hier. Ich auch. Welches nehmen wir denn? Wir haben also ne Fliegel des Osiris Feuerprojektile und Streuschuss. Das klingt doch gut. Feuerprojektile und Streuschuss. Feuerprojektile. Ich nehm auch Feuer. Oh hier kannst du Feuer machen. Okay. Wehe. Weiß ich was? Ach hast du schon. Hast du mal rein. Oh. Oh. Du steckst in mir. Du Schwein. Da siehst du, hätten wir die Leiche vor uns abzerkennen können Oder zerschießen können Machen wir die Feuer an Oh Ach, ich bin ja hier Du irritierst mich voll mit deiner Krass Mit deinem MG Ich glaube, das ist keine gute Idee Du bist doch auch hoch Achso Ich will erst mal hier unten sitzen Achso, ich dachte, du wirst dich wieder rüberhangen Weißt du, was ich machen kann Sorry Ich kann das machen Ich glaube, es ist wieder ein Helm Vier für fünf Schädel Kommen sie rauf Ich glaube, wir sind hier entfischt Wir sollten gehen Schnell Oh Ich sag mal Oh oh Ich wüsste doch, dass jetzt was kommt Ich werde wieder belegt und sterbe Nein Das wäre jetzt wieder deins gewesen Nicht Überrollt mich immer die Scheiße Oh, da war was Alter Alter Nein Du bist ja gar nichts Ja, ich komm wieder Ich drück X, dass ich wieder respawn habe Und wo lande ich unter den Krokodil Zulam Gürtel Oh Bin ich? Alter, da bin ich Ich bin da Mach dein Schutzschild Mach dein Schild Mach dein Schild Mach dein Schild Mach dein Schild Holt mich hoch Holt mich hoch Holt mich doch nicht Bleib doch hier Alter 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 Das ging auch mal aus, Alter Wie süß Lauft kleine Götter Verbringt eure letzten Stunden damit Einen toten Traum nachzujagen Aber ich werde wieder über dieses Reich herrschen Und ihr könnt mich nicht stoppen Feigling Wir werden dich aufhalten Mach mal doch Versucht es doch Seeds Magie hat den Weg in den Tempel versperrt Wir müssen wieder hinein Sonst können wir ihn nicht aufhalten Und wie halten wir ihn auf? Wir brauchen Osiris Nur er kann uns helfen in den Tempel zu kommen Und nur seine Macht kann gegen Seed bestehen Nur seine Macht Keine andere Macht Nur seine Macht Oh yeah Na komm, was ist los? Hier, Canope von Crazy Freak Wo denn? Bei mir steht sowas nicht Bestimmt, weil der hier so weit war oder so Das war der Schrei meines Vaters Er wurde entweiht Verzweifle nicht, mein Sohn Osiris Wir werden deinen Thron wiederherstellen Aber wir brauchen deine göttliche Hilfe Führe uns Nicht ganz die Führung Die ich mir erhofft hatte Aber Gut, der war jetzt nicht so schlimm Ein Fragment von Osiris Der Brustkorb Okay Das nächste wird wohl nicht so einfach Diese kleineren Statuen tragen auch die Glööfen von Osiris Ja, da nun das erste Fragment an seinem Platz ist Können seine Stabton uns führen Wir müssen nur den Stab erheben Schaffe das Teil für den Oh, ich habe jetzt einen roten Stab hier Guck mal hier Alter Hier Gewöhnlichen Ring gefunden Nur zu Edelstellen Abhängig von Wetter erscheinen Und die Schätztruhe Wetter Wollen wir mal Jetzt nicht gleich in das Grab reinrennen Kannst du hier die öffnen? Ne, da steht nur Was kostet 250 Und wir haben 100 Können wir später öffnen Wir müssen mal hier noch Erstmal ein bisschen umgucken Oh, hier Kann ich noch Warte Oh, hier Komm mal her Nein, du musst hier Na, mach Mach noch mal Ne, mach noch mal dein Ding Achso, willst du auch rüber So Ja, den haben wir aber bei dem anderen E-N-Zweißen-Bamm Richtig Gehen wir mal Feuer an Achso, das sind Achso, das sind jetzt die einzelnen Bereiche Da kommen wir später hin Das sollen wir jetzt nach und nach abarbeiten Wir sollen erstmal in eine Grabe Schwestern, wo findet ihr hier Sachen noch? Hier ist noch einer Das scheint aber noch Oh, das ist noch eins Ich glaube, da bist du wieder gefragt Ne Doch Ne, wir müssen hier hoch Da Und dann von da aus Da rüber Mach mal Machst du denn Dann mach doch mal dein Schutzschild Ne Komm, da kommst du nicht Kommen wir später hin Wasser Ach, wir sind jetzt bei Feuer Und da kriegen wir noch Wasserkräfte So wie das aussieht Ah, okay Da guck mal, da ist Wasserzeichen Ach, nee Dann können wir Wasser machen Dann läuft das, glaube ich Ah, okay Sonne Sonne Was haben wir denn hier noch alles Oh, was ist denn das? Da ist noch eine Figur Komme Ich komme Ich komme Warte Da Tuch Geh mal Feuer, oder? Ist das nicht Feuer hier? Nee, das ist eine Schale Oh, da kannst du holen Nicht richtig Ne, da ist jetzt nichts Ach, guck mal hier Ne, geht nicht Naja Ah, warte mal Du baust die Dinger dann sozusagen zusammen Wenn die alle dann da sind Kannst du die in die Mitte stellen Na, dann kann ich mich hier Guck mal hier Da steht das Ding jetzt Ja, ich hab das gesehen Wenn ich das hier jetzt mache Zack Wie kostet die Kiste hier? Die kostet 200 Kronen Hä? Vorhanden 182 Man braucht 600 Äh, 250 hierfür Ich hab'n Kopf Hab'n wir ja schon gesehen Ich komme ja schon Ach, hätt'n Dann kannst du da hochklettern Entschuldigung Warte mal Na ja hier Ich glaube ich kann hier Über dich hier rüberklettern Mach mal hier das Seil nach drüben Dich zu mir Geht nicht Ne, geht nicht Du kannst aber hier rüber Ja, warte Ne Oh Also wenn du an die Stacheln rankommst Stirbst du schon Warte mal, bitte was Ach, hier Hier ist ein Köpfchen Musst du aber hier lang Oh Ne, kommt nicht hoch Musst du dich jetzt hier draufstellen Die Kugel mal machen Oder dort draufstellen Ich will mal gucken, was passiert Und weg Okay Ich denke mal Du machst da bestimmt einen größeren Kreisel Ach, komm mal da Was denn? Hier oben Da kommen wir denn da Rüber Hm Aber hier musst du rüberspringen Habe ich aber nicht rüber Mach's doch Okay Liebe Freunde Dann war es das aber auch schon wieder für den Part Hier Noch mal hier 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 hat man genommen Ich hab mal Amulette rausgeholt hier Da waren wir doch grad schon Achso Dann machen wir das Na scheiße, ja Das haben wir halt noch mal geholt Ja hier Ähm, hinten ist noch so ein Kopf Achso Achso Ich weiß noch, du musst trotzdem mitlaufen Ich weiß noch, du musst trotzdem mitlaufen Oh, da Da kommen wir noch gar nicht hin Also die Statuen, die zeigen nur auf dieses Hier ist auch noch einer Da musst du da oben ruf Genau Und jetzt musst du rüber Genau Er war zu weit rüber Ja Ja Meine Lieben, Freunde Da würde ich sagen Was, schon wieder vorbei? Ja, ja Benden wir hier mal den Part Das war auf jeden Fall cool Und morgen gehen wir dann die Äh Quatsch Beim nächsten Part gehen wir dann Was ist denn das? Nein Will ich ablehnen Das ist halt der Banditte Annehmen, ablehnen Kann ich ablehnen? Doch Weder mal abgelehnt Oh Mann Ich hab Kreisgedrückt für ablehnen Ich schwöre Oh, jetzt ist mein roter Wichtstrahl weg Toll Oh, jetzt ist er wieder da Hm Okay, die Dinger nicht antippen Ja, da wird es eigentlich ein längerer Part Das kann ich aufheben Ich bin schon tot, glaube ich Ach, nee, bin wieder da Achso Warte mal Wenn ich jetzt hier in die Nähe komme Oh, 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 oh Hier ist er Hier ist er Boah Was spielen wir denn da haben? Alter, was hast du denn so zu gemacht? Ich hab keine Ahnung Du hast gesagt, ablehnen, drücken Hab ich immer Kreis Ja, ablehnen Komm hierher Warte, warte, warte Und jetzt Zack Hilfe 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 Ich hab mich selber in den letzten Jahr Oh, wow Oh, da hat sich doch mal gelohnt, Digga, oder? Ja Auf jeden Fall Krass Okay, dann sind solche Schreine hier aber Müssen wir mal gucken, wie es aussieht mit Kohle Können wir jetzt nicht hier irgendwie so Wo sehen wir denn, wie viel Kohle wir überhaupt haben? Wiss ich nicht Ach ja Inventar Herausforderung Da sieht man die Krone 6 von 10 0 von 5 0 Wir sind wir komplett gleich Oh, ich hab wieder einen Ring Ring hast du? Nein, ich nicht Amulett habe ich, glaube ich Ein Feuerwiderstand Ja, mein Liebreder Okay, dann würde ich sagen Wir enden mal das bei vorhin Den Part Das war auf jeden Fall cool Wir würden mal schauen, wie es morgen geht Morgen gehen wir dann in die Grabstätte Und ja, da würde ich sagen Sehen wir uns dann Ähm, was heißt morgen Beim nächsten Part Und ja, würde ich sagen Sehen wir uns dann Bis dahin Ciao Tschüss